Möjim Mavray ist ein deutsch-albanischer Fußballspieler, der seit 2014 beim 1. FC Köln unter Vertrag steht. Karriere Mavray spielte in der Jugend für die Sportfreunde Seligenstadt Kickers Offenbach und die SG Rosenhöhe Offenbach. 2004 wechselte er in die Jugend des SV Darmstadt 98. In seiner ersten Saison im Profikader in der Spielzeit 2005-06 wurde er von den Darmstädter Fans zum beliebtesten Spieler gewählt. 2007 wechselte er zum VfL Bochum. Am 10. Mai 2008 absolvierte er sein erstes Bundesligaspiel, als er beim Spiel gegen den Karlsruher SC eingewechselt wurde. Im Januar 2011 wechselte Mavray vorzeitig zur SPVGG Greuther Fürth, ursprünglich war der Wechsel erst zur Sommerpause beabsichtigt. Mavray spielte sich durch gute Leistungen gleich in die Stammelfe der Fürther. Nach dem Bundesliga-Aufstieg wurde er vom Mannschaftsrat zum Kapitän des Zweitligameisters gewählt und er führte die SPVGG damit durch ihre erste und bislang einzige Bundesliga-Saison. Nach dem Abstieg wurde die Kapitänsbinde an Wolfgang Hesel weitergegeben, seinen Stammplatz konnte Mavray aber verteidigen. Nach dem gescheiterten Relegationsspiel um die Rückkehr in die Bundesliga im Mai 2014 gegen den Hamburger SV wechselte er zur Saison 2014-15 zum Bundesliga-Aufsteiger 1, FC Köln, bei dem er einen Dreijahresvertrag unterschrieb. Seinen ersten Einsatz absolvierte er am 8. Spieltag beim 2-1-Sieg über Borussia Dortmund. Am 21. Februar 2007 debütierte Mörge Mavray in der deutschen U21-Nationalmannschaft. Als diese in Reutlingen gegen die Auswahl Italiens ein 0-0-Unentschieden erzielte. Da er neben einem deutschen Pass auch die albanische Staatsangehörigkeit besitzt, kam er am 22. Mai 2012 für die A-Nationalmannschaft Albaniens zum Einsatz. Sein Länderspiel-Debüt krönte er mit einem 2-1-Erfolg über die Auswahl Katars.